Bevor wir mit dem heutigen Video anfangen, möchte ich mich kurz bei unserem heutigen Sponsor Loot Boy bedanken. Loot Boy ist eine App für Android, iOS und den PC, also egal was ihr habt, es funktioniert, mit der ihr kostenlos Robux bekommen könnt. Ich meine kostenlose Robux. Wer sagt denn nein zu? Ich nicht. Ich erkläre euch, dass es funktioniert und danach fangen wir direkt mit meiner allerersten Horror-Roblox-Folge an. Loot Boy hat jetzt die Möglichkeit, die Premium-Packs komplett kostenlos zu kriegen, indem ihr Diamanten sammelt. Also ihr müsst keinen Cent bezahlen. Diamanten kriegst du, indem du dir kostenlose Spiele runterlädst auf dein Handy oder andere kostenlose Aufgaben erfüllst, wie zum Beispiel eine Werbung angucken. Wenn du genug Diamanten gesammelt hast, kannst du dir ein Pack aussuchen, wie zum Beispiel das hier für Roblox und du brauchst nur 100 Diamanten für ein Pack. Ich zeige euch mal kurz ein paar von den Aufgaben. Wie ihr seht, bringen die teilweise echt genug Diamanten für drei Packs. Ich habe jetzt selber genug Diamanten, also würde ich sagen, machen wir mal ein paar Packs auf. So, wie ihr seht, habe ich einen Haufen Kram gezogen, teilweise Vollversion von ganzen PC-Spielen und das ohne auch nur einen Cent auszugeben. Lernt euch am besten direkt jetzt Loot Boy runter. Ganz oben in der Videobeschreibung findest du den Link zur App. Und mit meinem Code ROBLOX bekommst du direkt nochmal 10 Diamanten umsonst drauf. Das war es auch schon, jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo, hier ist Ronja und zusammen mit der Izzy habe ich mich hier in einem Fahrstuhl verlaufen. Und Izzy hat wieder ihren Account. Hä, hier sind Kleister, oder? Einmal zurückgehackt. Sind sie Geister? Ja, ich habe ihn selber zurückgehackt. Oh Gott, ich bin jetzt russische Hackerin geworden. Der kleine Mann neben mir ist irgendwie sehr gruselig, der mit dem grünen Kopf. Oh mein Gott, das blitzt. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Es ist doch sehr dunkel, oder? Ich habe eine Taschenlampe, guck mal. Ich habe am Anfang gesehen, dass man sich ein Schwert nicht kaufen kann, aber das kriegt man sogar umsonst, damit man hier auch eine Chance hat. Es sollen nämlich hier verschiedenste böse Gestalten rumlaufen. Oh Gott, wir gehen da. Oh mein Gott. Ich komme mit dir mit. Wo wollen wir hin? Und dann können wir uns dagegen verteidigen, wenn die uns holen wollen. Guck mal, hier geht es irgendwo durch. Oh Gott. Hallo? Das ist überhaupt nicht gut. Ja, das ist voll gruselig hier unten. Total. Was ist das? Das ist ein Ballon? Oh, nee, warte mal. Guck mal, hier ist ein Ballon. Ich dachte, der mit den blauen Dingern will dich erwischen. Okay, nächste Etage. Oh mein Gott, das ist sehr gruselig. Warum ist das so rot da draußen? Ich weiß nicht. Ah, ich bin runter. Oh, warte mal. Was war das denn? Bist du auch runtergefallen? Ich habe es überlebt. Nein, ich bin nicht gefallen. Was war denn das? Ah, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich wollte ja eben erst mal ein Schwert holen. Hier, das klassische Schwert. Zack. Tada. Da zwei Leute haben überlebt. Wolli und Easy Cheesy haben überlebt. Danke. Alles Käse. Ab in den Fahrstuhl. Ja, komm schnell rein, es wird Zeit. Okay. Zwei Sekunden noch. Aber guck mal. Zack, siehst du das? Schwert. Oh, guck mal, jetzt sind wir hier draußen. Du hast ein Schwert, das ist nice. Ah, du hast eine Münze. Wir müssen Münze sammeln. Das war ein taktischer... Oh. Da ist noch eine. Du musst mal leuchten, sonst sehe ich hier nichts. Hier ist noch eine. Guck mal, ich muss sie hier draußen holen. Bonja, hier. Ah, ja, die sehe ich. Zack, da ist wieder eine. Oh Gott. Hol sie dir. Es blitzt. Danke. Das ist schon ein bisschen gruselig. Sind die Geister unsere? Die folgen uns nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oh ja, da ist auch noch eine. Das habe ich auch schon gedacht. Guck mal, hast du es gesehen? Das sind so Totenköpf-Münzen. Ja, ja. Jedes Mal, wenn ich runtergucke und dann sehe ich jemanden auf mich zulaufen im Taschenlampenlicht, denke ich, oh nee, jetzt ist vorbei. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Jetzt kommt er. Ich verstehe aber auch nicht, was ist jetzt hier an dem Level irgendwie? Also ist hier jetzt irgendwie mal so... Ich glaube, es gibt es, glaube ich, immer einen Keller, der uns holen kommt. Es überleben ja auch nicht immer alle. Ja, das stimmt. Aber ich habe noch niemanden gesehen. Oh mein Gott, haben die krasse Schwerter. Guck mal das von dir an. Ja, das grüne, gell? Ich habe, nee, ich habe, guck mal, ich habe so ein Standardschwert. Ich meine, es ist voll lame im Gegensatz zu dem, was sie hat. Oh, sehr fies. Warte, was? Geh schlafen. Okay. Da steht was. Go to sleep. Das ist... Ich will ja schlafen, aber es geht irgendwie nicht. Was steht da? Was? Oh, warte, ist... Oh, nee, da ist jemand. Guck mal, der, der hackt das überall, äh, Dings auf dem Boot. Oh, nein! Ah, nein! Der hat so leuchtende Augen. Was ist denn das für einer? Ich bin schon wieder komplett verbloren. Ich finde den Fahrstuhl nicht. Ich finde zu dem Fahrstuhl nicht. Doch, hier ist der... Oh Gott, was ist das denn für ein Gang? Bist du schon in den Gang? Ja, ja, ich bin reingegangen. Hier, guck mal, hier rechts vor dir. Da bin ich, da bin ich. Wo willst du lang gehen? Ähm, hier rechts will ich gerne weiter lang gehen. Oh, okay. Ich bin wieder im Fahrstuhl zurückschmissen worden. Hä, wieso das? Vielleicht war das außerhalb des Gebietes? Geh mal nach links. Komm mit. Oh, nee, okay. Oh, da sind wir wieder zurück. Das war ein letzter Kollege. Ah, Easy überlebt. Yes! Ich sehe gar keinen. Easy hat überlebt. Easy hat Easy überlebt. Was, ich hab mich selber überlebt? Ich weiß es nicht. Ich hab's dann gemacht. Okay, jetzt hüpfe ich auch auf die Dinger hoch, weil ich will nicht nochmal, dass der Boden hier einkracht und ich dann wieder in die Lava unten falle oder was auch immer das war. Ich glaub, es war ein Laser. Jetzt geht die Tür auf. Und? Und? Aha! Aha! Ja! Siehst du das? Als hätt ich's gerochen, ja? Da... Da... Richtig gut, Ronja. Hab ich den Horrorfahrstuhl? Hab ich direkt? Dreh dich mal um. Oder was für ein Anfänger? Nee, ich trau mich nicht. Doch, dreh dich mal um. Ich trau mich nicht. Guck mal, ich hab mich auch umgedreht. Easy, ich trau mich nicht. Du musst einfach reinscrollen, dann kannst du dich drehen. Nein. Oh mein Gott, Ronja! Easy! Nein, ich mag nicht. Ich guck lieber die Wand an und warte, bis es vorbei ist. Oh nein. Es sind aber noch 15 Sekunden. Ich will trotzdem nichts. Das ist hier gruselig. Guck mal, der schubst mich, der links neben mir. Fatboy. Das heißt, dass du runterfallst. Oh, gute Idee. Komm, Ronja. Komm zu mir. Nein, nein, nein. Komm zu mir. Oh Gott sei Dank, das Ding wieder. Ah! Am nächsten Mal war der Boden schon wieder da. Ja, voll schade, ne? Ja. Ja, gar nicht. So ist es im Leben. Vielleicht krieg ich dich schon noch tot. Ich höpfe mich mal wieder hier hoch, weil es kann ja immer wieder passieren, dass es nochmal kommt. Du weißt ja nie, was ist die nächste Horroretage im Horrorfahrstuhl? Oh, hier sind wir richtig viele. Oh nein, warte mal. Hier ist dieser Nachbar aus Hello Neighbor. Der kommt und ich glaub, der will uns abmurksen. Ich glaub, der ist böse. Glaubst du? Ja, weil der folgt jetzt auch einem und der haut ihn. Siehst du das? Wo ist der? Ach, da ist der! Da ist jetzt auch überall Blut am Boden. Ach ja, ganz normal. Da hab ich dann so ein bisschen eins und eins zusammengezählt und hab dann herausgefunden, der ist tatsächlich auch böse. Wahrscheinlich ist der fies, ja. Warte, was ist das hier? Warum ist der Boden hier so komisch? Ich weiß nicht, kracht der ein? Wie kommen wir da durch? Kannst du dich klettern? Ne. Ich glaub, du kannst dich hier einfach festhalten. So, als Sicherheit. Oder so. Das hier? Okay. Ha, egal. Ja, aber easy überlebt. Ja. Guck mal, ich hab schon 500 Münzen. Das ist voll krass. Dann kannst du dir vielleicht wirklich einen anderen Geist kaufen, oder? Ja, mach ich aber erst, wenn ich das nächste Mal sterbe. Und ich mein, wir alle wissen wahrscheinlich diese Folge nicht mehr, ne? Ne. Also, ich bin ja bis jetzt auch noch nie gestorben. Nein, nein. Ne. Oh, ist schon wieder das. Oh, nicht schon wieder das. Was kam da nochmal? Ja, wieso haben wir... Da kam der wütende Kleine, oder? Ach, der steht schon vor dem Fernseher. Warte, aber ich wehre mich jetzt. Ja. Weil der war eigentlich ziemlich stark. Da hab ich sonst keine Chance. Hier, ich wehre mich. Au! Wieso? Oh nein. Der piekst mich einfach. Ich hol mir so einen Hund. Der ist nämlich süß. Das nächste... Oh, das ist auch süß. Aber das kostet 570. Das hab ich nicht. Aber das kannst du dir vielleicht nächste Runde leisten. Ne, jetzt hab ich den Hund. Weil nächste Runde sterb ich ja nicht. Okay. Classic Sword. Okay. Ich krieg ein Schwert. Ja, genau. Das kannst du dir auch holen. Aber das ist eigentlich gar nichts. Was gibst du noch? Ich hol mir doch das Grüne. Das ist gar nicht so teuer. Das stimmt allerdings. Ja, dann wollen wir mal loslegen, wa? Ab in den Fahrstuhl. Nein! Schnell! Eine Sekunde! Ich bin im Nachhinein drin. Ich hab jetzt 15 Schwerter oder sowas in meinem Inventar, weil ich es nicht hingekriegt hab, das Richtige zu nehmen. Aber naja. So ist es halt. Ach, da bist du! Ja. Komm her! Nein! Das ist der Böse! Oh! Nein! So ein Mist. Das schneiden wir raus. Wir tun so, als wäre das nie passiert. Ich bin noch nie gestorben, aber ihr seht die ganze Zeit. Das wäre mir immer angenehm an deiner Stelle. Naja. Wahrscheinlich. Peinlich. Ich bin schon wieder im Fahrstuhl. Ich stell dich schon auf die Regeln. Guck mal, ich hab mein Schwert so komisch in der Hand. Aha, aha, aha. Siehst du das nicht? Doch, ich seh das. Niemand hat überlebt. Das war aber auch ein starker. Ich mein, hast du gesehen wie groß der war? Ja, ich hab das... Ich hab das durchaus gesehen, als er vor mir stand. Und äh... Ja, vielleicht hast du ja die Augen zugemacht vor Schreck. Wer weiß. Ja genau. Ich hoffe, du fällst runter. So, das ist ne schöne Welt. Guck mal. Oh, guck mal. Lego. Warst du ein Lego oder ein Playmobil-Kind? Ähm, Lego. Okay, ja, ich auch. Ja. Playmobil-Kind war immer so. Hä? Ja. Oh nein, da ist er! Hinter mir! Schnell! Nein, geh weg von mir! Geh weg! Hau ab! Guck mal, das ist ein Lego-Männchen. Warum bist du hinter mir her? Vielleicht hast du, äh... Mann, ich komm ja gar nicht weg von dem. Ich verteidige dich. Mach ihn alle! Ja, ja. Mach, dass er weggeht. Guck, jetzt hab ich das grüne Schwert. Ah, komm schon. Ja! Komm schon! Lego-Mann, du hast keine Chance. Guck mal, wie er noch lächelt dabei, während er einfach die Leute schlitzt. So, haha! Haha! Nein, der hat mich gleich! Ich bin gleich tot! Oh! Ah, geschafft! Cool! Easy! Guck mal, das haben aber viele überlebt. Wenn du bei Easy sagst am Ende, Ronja, ist das wirklich echt irritiert. Es tut mir leid. Es ist eine Angewohnheit. Haha! Easy war's! Weißt du, wenn so ein Verbrechen war und du hast es begangen, dann sagst du so, ja, das war easy! Das war easy! Und dann denken die Polizisten, ach ja, easy war's! Haha! Das ist der Trick generell. Also, ähm... Warte mal, hier unten. Da geht's schon raus. Ah! Das ist aber dunkel. Ah, hier waren wir schon. Aber guck mal, da ist auch jemand. Ah, guck mal, da ist auch jemand. Der Tod. Hm. Ich räche dich. Nichts. Mann, ich kann mir noch kein Tier kaufen. Zeig mal deinen Hund. Ist der süß? Ja, guck mal. Aber ich weiß nicht, was der bringt. Also, bis jetzt hat er noch nicht so viel geleistet. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Vor allem sind die irgendwie halb durchsichtig. Ich hab mich irgendwie noch nicht so sehr beschützt. Ne, mein Hund ist nicht durchsichtig. Deiner ist normal. Das ist schon ein bisschen cooler. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Okay, es geht raus. Okay. Oh, voll cool. Oh, das ist so eine Mini-Golfbahn? Oder was? Ist es Mario-Level? Ne, das ist ein Sonic-Level. Warte, ich sag, gleich kommt so ein Sonic und der kommt. Und, äh, ja. Gleich kommt Sonic und der kommt. Und der will uns erwischen. Sag ich. Ich sag, es ist ein Böder. Ah, guck mal. Aber es ist kein Sonic, es ist ein Shadow. Ah. Wo ist er denn? Hier, der, der versucht hier unten die Wand hochzuhören, aber es klappt nicht. Ach, da! Ich lach ihn aus. Warte, ich schlag den von hinten. Nimm das! Ach! Kann ich ihn von oben hier... Krieg ich den? Kann ich gewinnen? Gewinn ich die Runde? Wenn das so weitergeht? Oder erwische ich ihn einfach nicht? Ah, ja. Ja. Okay, können wir... Oh, hier hat der Luft. Was? Was ist die hier hier? Was? Elektro-Ding. Guck doch mal, hier ist so ein Elektro-Ding. Oh ja, ich seh's. Das ist ja verrückt. Guck mal, sie setzt sich erstmal aufs Klo. Und danach ist es... Wenn man sich raussetzt, wird einfach Geld da drin. Oh, das ist so ein Pikachu. Juhu. Ah, ich seh's. Ah, das ist ja widerlich. Ja. Oh, das sieht aber gruselig aus hier, die... Was ist das? So eine alte Fabrikhalle? Oh Gott, was ist das denn? Ist es richtig wie wir hier? Oh, ist das so eine Art Clown? Ich seh den Bösen. Ah! Au! Ich wollte ihn angucken, weil ich war neugierig und ich bin nicht gerannt, obwohl ich es hätte tun können. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal in die letzte Etage und gucken, was in Star Wars ist. Und danach hoffe ich mal, dass wir endlich aus diesem Fahrstuhl rauskommen. Ja, hoffentlich. Und auch nicht nur in die blöde Lobby. Wo wir dann wieder im Fahrstuhl landen ohne... Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Hm, ich frag mich, was gleich passiert, Isi. Oh nein, der ist schon da! Ah! Oh, ich renne weg! Nein, Rodia, lauf nicht. Lass dich töten. Nein, ich renne. Er braucht Blut, sonst nimmt er meins. Ganz toll. Ja, ich warte einfach im Fahrstuhl. Ist mein Fahrstuhl safe? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall safer als draußen, glaube ich. Ich habe es leider nicht geschafft. Ach, verflixt noch eins. Ich dachte, du stirbst nie. Das dachte ich auch. Es wundert mich selbst. So, das war es dann aber hoffentlich jetzt mit den ganzen Etagen. Und ich hoffe, wir kommen wieder in einem normalen Haus an. Jetzt kann man das ja auch haben. Das ist das Level, wo Shadow kommt. Ah, wir sind zu Hause. Was dann? Wieder zu Hause. Wie schön. Ich und meine Blube. Okay, falls euch die Frage gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Und Isis Kanal, falls ihr das auch noch nicht habt. Der ist unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und, ähm, genau. Die hat das Einhorn. Die hat das Einhorn. Das Einhorn sieht irgendwie ein bisschen grimmig aus. Ich will das Einhorn haben. Okay. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020